Wie ihr wisst, sind wir nicht einfach nur YouTuber, sondern unser Job ist es, Programmieranfänger zu gefragten Softwareentwicklern weiterzubilden. Und wir kriegen einfach auf diesem Kanal hier super häufig die Frage gestellt, wie denn diese Weiterbildung bei uns genau abläuft. Und genau das wollen wir in diesem Video einmal erklären. Nachdem du dich auf unserer Webseite für eine kostenlose Beratung eingetragen hast, rufen wir dich zurück und wir klären zusammen, ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen und ob wir dir weiterhelfen können. Und natürlich wollen wir dir von Anfang an auch eine realistische Einschätzung mitgeben können, wie lange eine Weiterbildung bei uns für dich dauern wird, mit welcher Investition sie verbunden sein wird und welche Finanzierungsoptionen es auch gibt für dich. Und wenn wir danach sagen, hey, das klingt interessant, ja, wir wollen gerne mehr übereinander erfahren, dann machen wir ein unverbindliches Beratungsgespräch aus, ein Videotelefonat, in dem wir uns nicht nur sehen, sondern auch besser kennenlernen können. Nach dem Kennenlern-Telefonat geht es dann weiter mit dem Beratungsgespräch. In diesem Beratungsgespräch klären wir vor allen Dingen zwei Dinge. Nummer eins, wir klären, ob du dich überhaupt für die Weiterbildung zum Softwareentwickler eignest und ob es für dich und deine persönlichen Ziele überhaupt Sinn ergibt, systematisch programmieren zu lernen. Wenn du merkst, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu dir passt, dann zeigen wir dir noch einmal Schritt für Schritt den ganz konkreten Plan auf, womit wir schon Dutzende Programmieranfänger in IT-Jobs gebracht haben. Und da kannst du uns natürlich auch all deine Fragen stellen, die du so mitgebracht hast. Da kannst du wirklich alles fragen. Und wenn wir dann merken, okay, alle Ampeln stehen auf grün, dann schicken wir dir nochmal ein schriftliches Angebot zu. Das kannst du dann ganz in Ruhe nochmal zu Hause anschauen und dann machen wir einen Onboarding-Termin aus. Im Onboarding erklären wir dir noch einmal genau, wo du die ganzen Lehrmaterialien findest, wie du auch immer schnell Hilfe von einem Programmierlehrer bekommst, wenn du eine Frage hast und zu welchen Zeiten und unter welchen Links du in die Live-Calls kommst, wo du dann zum Beispiel mit Yunus oder mit mir direkt sprechen kannst. Und nach dem Onboarding geht es dann auch schon los. Das heißt, bereits ab dem ersten Tag wirst du sofort eigenen Code schreiben. Dafür haben wir natürlich Tutorials, die du erst einmal nachcodest. Du wirst allerdings auch gleich schon in den ersten ein, zwei Tagen deinen eigenen Code hinzufügen und innerhalb von der ersten Woche schon dein erstes eigenes Projekt bauen. Das Ganze läuft nicht so ab, dass du dich jetzt einfach nur zurücklehnen kannst und irgendwelche Videos anguckst oder den Code darin nachprogrammierst, sondern du musst vom ersten Tag an eigenen Code schreiben. Wir haben dabei ein System geschaffen, was zeitlich flexibel ist. Das heißt, du kannst dir deine Zeit selber einteilen und du hast immer einen Lehrer an deiner Seite, den du all deine Fragen zu deinen Projekten stellen kannst. Wichtig ist auch, dass du zu all deinen Projekten immer Feedback bekommst. Das Ganze nennt sich dann in der Fachsprache Code Reviews. Und so lernst du Schritt für Schritt HTML, CSS, JavaScript, Git, TypeScript, Angular, Objektorientierung, Scrum und alle Technologien, die du für den Anfang brauchst, um auf dem Arbeitsmarkt interessant zu sein. Dabei entwickelst du Apps wie beispielsweise eine Business-Applikation oder ein Jump-and-Run-Spiel. Dabei fängst du natürlich erst einmal an mit einfachen Projekten, baust aber mit der Zeit immer anspruchsvollere Projekte, in die du auch die neuen Technologien, die du lernst, einarbeitest. Dadurch erarbeitest du dir mit der Zeit ein eigenes Portfolio an Applikationen, die du selbstständig programmiert hast, die richtig gut aussehen und die auch beweisen, dass du richtig gut coden kannst und für den ersten Job als Programmierer auf dem Arbeitsmarkt relevant bist. Aber dann machen wir es nicht so, dass wir dir am Ende nur ein Zertifikat geben und sagen, schön, dass du da warst, viel Erfolg damit, sondern dann geht die Arbeit für uns erst richtig weiter. Wir unterstützen dich dabei, deinen Lebenslauf zu schreiben, anschreiben zu schreiben, deine Bewerbungen rauszuschicken, in den Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests wirklich richtig gut zu performen und wir betreuen dich dann, bis du deinen ersten Jobeinstieg auch geschafft hast. Das Ganze geht natürlich nicht in Wochen, das Ganze dauert Monate, du brauchst Disziplin und ich kann dir jetzt schon versprechen, du wirst auch an deine Grenzen kommen. Dafür haben wir allerdings schon Leute unterschiedlichster Hintergründe zu Softwareentwicklern erfolgreich weitergebildet, die mittlerweile jetzt auch als Softwareentwickler arbeiten, egal ob das Ingenieure waren, Techniker, Designer, Leute aus der Logistik, aus dem Marketing, ganz unterschiedliche Hintergründe. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Ganze auch für dich funktioniert. Deswegen lade ich dich ein, geh auf unsere Webseite und trag dich für eine kostenlose Beratung ein und dann schauen wir uns zusammen nochmal deine Situation an und schauen, ob wir auch dich zum Softwareentwickler machen können, sowie bereits Dutzende vor dir.